Ah, und noch mal, und noch mal. Pumpgun. Hm, wobei, 13 Schuss noch. Was haben wir hier? 28, behalte ich die. Fällt eh wieder alle aus, was ich da bin. Oh, oh Gott, ich hasse dieses Ding. Oha. Da liegt Zeug, ich will Zeug. Ah, ich brauch Zeug doch gar nicht. Oha, verdammt. Der altbekannte Kettensägenfuzzi. Und ich bin in die Sackgatte gelaufen. Hey. Hallo, wie geht's dir? Wir leuchten. Au. Boah, das ist jetzt nicht so schön. Was, der liegt noch? Wie viel denn noch? Ich schieß ja drauf, ich schieß ja drauf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, nein. Nein, 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 nein. Ach, du Kacke. Railgun-Modus. Ist hier überhaupt nix. Ist da irgendwo was Böses? Ah, Sachen mitnehmen. Erstmal Sachen mitnehmen. Ach nö, auch nö, auch nö, nö. Von hinten ist unfair, von hinten ist unfair. Ja, 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 genau. Geh da durch. Nein, warum gehst du nicht? Ach, du bist doch blöd. Pam. Einer ist weg. Hoffe ich. Nein, er steht wieder auf. Das war ja klar. Warum denn auch nicht? Und jetzt weiter. Kamu. Schön. Du stehst nicht wieder auf. Äh, ich werde dich umlegen. Genau. Ich mach dich platz. Oh Gott. Mann. Die Kämpfe werden langsam richtig böse. Tjip, 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 tjip. Noch ein bisschen. 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 Nicht jetzt. So. Eine neue Seite. Apropos Seite. Wir können mal wieder ein bisschen weiterhören. Dann kann ich mich etwas wieder beruhigen. Yay. Finde ich gut. Also, muss ich ehrlich sagen. Ja, ist eine gute Idee. Agent Nightingale starte den ohnmächtigen Schriftsteller an. Der Mann holte den Schlaf einer höllischen Nacht nach. Nightingale war neidisch auf Wakes wohligen Schlummer. Aber er hatte noch etwas zu erledigen. Er legte die Waffe an Wakes Kopf und wurde fast zum Mörder. Seine Hand zitterte und seine Kehle schnürte sich zusammen. Er biss die Zähne zusammen und versuchte abzudrücken. Er fand den Mut nicht. Wake rührte sich. Eine Verhaftung würde ausreichen müssen. Das Gewitter tobte, während die Anderson-Brüder schwankend mit den anderen Patienten die Klinik verließen. Sie wussten, dass sie diesmal nicht zurückkehren würden. Die Dunkelheit um sie brodelte mit Schrecken, doch Thor und Odin hatten keine Angst. Arglist funkelte in ihren Augen. Sie kannten jeden geheimen Weg und hatten Blut an ihren Händen. Sie hatten die Schatten schon mal bekämpft. Das Dunkel folgte der Choreografie des Manuskripts. Es wurde immer stärker, bewegte sich wie ein Sturm von einem Ort der Verheerung zum nächsten. Und doch war es an den Verlauf der Handlung gebunden, gefesselt an seinen dunklen Ursprung. Wenn die Geschichte das ersehnte Ende erreichte, wäre es endlich frei. Es ist 1976 und auf der Anderson-Farm tanzt der Bär. Auch wenn es jeder Logik spottet, ist die berauschendste Zutat ihres selbstgebrannten, ungefiltertes Wasser aus dem Cauldron Lake. Die Andersons fühlen sich wie Götter. Odin kann nicht aufhören zu lachen. Er überlegt sich ein Auge herauszuschneiden. Thor rennt über das Feld, nackt, mit gellenden Schreien. Mit dem Hammer in der Hand versucht er den Blitz zu fangen. Ihre Lieder haben Macht. Etwas Uraltes rührt sich in der Tiefe, kehrt zurück. Wieder zerrissen Alice Schreie die Stille der Nacht. Ich sah mich auf die Hütte zurennen mit der Taschenlampe in der Hand. Ich folgte meinem früheren Ich. Ich war ein aus seinem Körper herausgelöster Beobachter, ein Zeitreisender in einer aberwitzigen Schnapsfantasie. Das hier war der Anfang. Die Nacht, in der Alice verschwunden war. Das Geheimnis, was in der fehlenden Woche passiert war, stand kurz vor der Lösung. Als er vor der Anderson Farm anhielt, war Walter erleichtert. Das Vergessen war nicht mehr fern. Die Brüder würden in der Klapse eine Flasche Schwarzgebrannten nicht vermissen. Dann sah er den Mann auf der Veranda und wusste, wer das war. Er fuhr um sein Leben, in dem Wissen, dass es nutzlos war. Er merkte erst, dass er weinte, als ihm die Tränen die Sicht nahmen. Für einen Moment überlegte Hartmann, den Idioten zu erwürgen. Mott war böswillig, aber leicht manipulierbar. Emotional ein Kind, das nach Anerkennung gierte. Wake war dagegen viel schwieriger. Mott hatte ihm zu viel Leine gelassen. In zwei Tagen konnte zu viel passieren. Hartmann musste ihn schnell wieder in den Griff kriegen. Ja, da fehlen uns ein paar Seiten, würde ich mal sagen. Und damit würde ich sagen, machen wir auf. Da fehlen uns auch wieder ein paar Seiten. Das ist traurig, wenn immer die Seiten fehlen. Naja. Ich würde sagen, hier machen wir mal wieder weiter. Und drücken mal E, um hier ein bisschen was zu schieben. Das macht der Wake ja so gerne. Hinterher! Oder auch nicht. Hallo, tschüss! Ha, das ist aber noch mal versucht. In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Der Cauldron Lake ist ein Mirror Peak. Das ist ja mal weiter Weg, oder? Noch. Was ist das denn so weit weg? So weit weg von daheim. Trommunition, da. Mach mal jetzt. Sehr schön. Finde ich ja wunderbar. Ach nein. Schön. Also dann. Äh. Auf zur wolligen Fahrt. Müssen wir jetzt hier rein? Ja. Bremse lösen. Ab geht die wilde Fahrt. Juhu! Oha. Oha, ist das geil. Hm, stehe ich ja voll drauf. Nee, ernsthaft. Ist geil. Ich mag sowas. Yeah, mit der Drasine. Die ist noch ein bisschen langsam. Die könnte ruhig ein bisschen schneller sein. Das war's schon echt jetzt. Das war ja richtig billig. Lauf, Alan! Oh, leider. Kletter, Alan! Kletter! Und jetzt, äh, was? Darunter ist ein Checkpoint. Ich muss darunter. Ist mir jetzt egal. Ich habe ihr gleich wieder Leben. Wunderheilung im Licht. Können wir jetzt zwei Wege nehmen, oder was? Einmal zu Fuß, einmal an. Nee, hier ist wieder ein Versteck. Das war ja klar. Natürlich. Wieso auch nicht? Das kann man alles gut gebrauchen. Will ich mich gar nicht beschweren. Sehr schön. Ja, das ist schon... Ja, doch. Ja. Ha. Mag man sich ja gar nicht beschweren. Also, nö. Das ist jetzt nö. Nein. Hier schon wieder. Ihr misst keinen. Zack, das waren sie. Drück, 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 drück. Ich mach doch schon so schnell ich kann. Ja, sehr schön. Er macht aber auch nicht... Ne, Lichtgis kann ich jetzt doch abgehauen. Ich wusste, es ist jetzt was Besonderes. Ich wette, am Ende kommt raus, dass die Lichtgis kann am Einen. Raaline Schultz sind. Da geht's nicht. Unsere... So... Weiter geht's. Boom. Au. Nur da-ダ-Wer. Und... Ja. Ja, ihr seid's Nervensegel. Au, 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 au. Ah, weg. Schön. Mann. Es ist wieder so dunkel. literally, die Entscheidung~~ Wir laufen zu Fuß zum Kolkwunнов. Wir laufen zu Fuß zum Kolkwunnel legt man irgendwas scheiß da hin. Ich weiß jetzt nicht, wie esини exhorta! Oh, nee, ist so noch großer Ja, toll. Klein und groß, hä, dick und doof. der was uns bin ja nicht so den spaß gönne ich mir auch mal bei den ganzen drehtminen mann unmöglich so schön dass wir mal wieder aufgefüllt werden wir werden abgefüllt aber irgendwann mal müssen wir doch an colton lake ankommen das kann doch jetzt nicht so weit noch sein das ist ja unglaublich was wir für den weg zusammen wenn wir kilometer geld kriegen würden wow also wow wow gott die schnell ich lasse ich ihn halt rennen was soll's Zwei ja wichtig, ich bin gut. Knapp, knapp. Puh, gucken wir weiter. Da ist ein Rumpropeller, ja warum auch nicht. Wo kommt das? Geh mal her. Ah, ein großer. Geh weg. Au, der hat mich mit der Haufschaufe geschlagen. Nein. Dann halt so. Halt halt mal still. Ich heiße Nervervieh. Au, au, au. Hat mich eiskalt umgebracht. Ah. Okay, wir haben Zeit für die Pumpgun. Okay, Jungs. Auf ein neues. Werft es. Und ich krieg euch. Leuchtfackel, 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 Leuchtfackel. Ja. Was? Noch ein Teil. Was? tanks ja. Und was? Vielen Dank.